Hallo liebe Minecraft Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge hier auf SkyBounce. Heute mal sehr kurzfristig aufgenommen, auch ohne große Vorbereitung dahinter. Ich habe das irgendwie 10 Minuten nach der letzten Folge aufgenommen. Denn es kam ein neues Update raus und zwar gibt es die Brewing Challenge. Man kann sich jetzt spezielle Tränke brauen. Und ich weiß nicht was da jetzt auf mich zukommen wird, aber ich habe vor in diesem Video das einfach mal zu machen. Ich habe mir auch schon irgendwelche Recipes gekauft, ich habe mir einfach jedes Buch einmal gegönnt. Und eine Sache noch ganz kurz bevor wir beginnen. Ich wurde ja KO'd, ich bin inzwischen aber trotzdem wieder fully mortal. Und das habe ich meinem Bruder Benonato HD zu verdanken, der hier auch mit mir auf dem Server spielt. Der hat einmal Helm of the Immortal gekauft und hatte selbst noch die Feeder of the Immortals. Und die hat die mir einfach geschenkt, damit ich wieder fully immortal bin. Also vielen 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 Dank an ihn. Starten muss man diese Challenge, indem man Rechtsklick auf einen Coldrun macht. Das heißt hier mal schnell einen gecraftet. Placen. Zack. Ja genau. Und jetzt gucke ich mal bei Slav CH. Was muss ich machen? Bring me Transferity Stone Level 1 and Everplume Recipe. Okay, das habe ich hier doch schon. Zack. Okay. Okay. 128 Glas Bottles. Okay. Das ist auch easy. Denn wir haben ja hier bei Palken auf der Insel mehr als genug Glas. Da können wir uns schnell ein paar Stacks craften. Beziehungsweise zwei Stacks. Mehr brauchen wir nicht. Oh. Hier müsste Glas sein. Genau. Ich nehme einfach mal was mit. Zack. So. In diesen Büchern stehen übrigens Rezepte drin. Ich denke mal diese Bücher hier, die braucht man dann, um das zu brauen. Das heißt hier ein Water Bucket, fünf Enderpearls und sowas. Aber dazu muss man erst diese Challenge haben. So. Glas. Lol. Meine Maus hat sich gerade von selbst bewegt. Das reicht aus. So. Ups. Nicht IS GO. Slash CH. Und dann hier rein. Zwei Stacks. Zack. Gut. Was müssen wir als nächstes machen? Ähm. Make sure that you can get the increase bla bla bla. Ähm. Bring 64 Redstone Blöcke. Okay. Das ist ja super easy. Also ich brauche neun Stacks Redstone. Ein Stack Zucker. Zzähl also Sugarcane. Und ein Stack Glowstone Dust. Das ist ja auch ziemlich easy. Kann man sich hier einfach im Shop kaufen. So. Ein Stack. Sugarcane. Dann. Fünf Stack Redstone. Äh. Fünf Stacks erstmal jetzt, dann hole ich mir nochmal die anderen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hä? War da nicht mehr ein cooldown drauf, dass man nur 5 gleichzeitig holen kann? Dachte ich eigentlich schon. Jetzt habe ich 7, das heißt ich brauche nochmal 2 Stacks. Skydrop ist mir jetzt aber egal, ich will diese Challenge machen. So, das hier verkraften. Und dann Redstone Blocker holen. Hier, ganz schnell fertig craften. Es ist eigentlich ganz gut, dass wir noch eine Flasche bzw. noch einen Stack Wasserflaschen übrig haben, denn ich denke davon braucht man auch, weil ich bin mir nicht sicher, aber könnte ich mir gut vorstellen. So, CH, hier, rein, 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 fertig, okay. Finally bring me a Cauldron, 64 Ironblöcke. Lol, hä ist ja, ist das denn hier ernst? Eisenblöcke, einen Stack, okay. Cauldron und ein Waterbucket. Mach ich mir mal schnell noch eine 9. So. Hä, die Challenge ist ja ultra easy. Ich dachte, das wird jetzt super kompliziert. Ich packe das mal schnell so ein Video rein und hab dann, keine Ahnung, 20 Minuten super tolles Videomaterial. Und dann steht man da, ja bring mir ne Stacks Ironblöcke und nen Kessel. Lol, als ob ich dir, als ob ich jetzt diese Challenge geschafft hab. So, dann gucken wir mal, was müssen wir dafür machen. Also, super Speed Potion, das kriegt doch gut. 32 Sugar, 32 Clostone Dust, 16 Diamonds und 16 Blaze Powder. Mal gucken, wo muss man den reinmachen? Cauldron, ah, okay. Also, ich brauche doch noch ne Cauldron. Ah, da kann ich mir dann so ne coole Ecke für Tränkebrauen machen. Ich glaube, das wird die Challenge, beziehungsweise dieses Feature mag ich jetzt schon. So, ähm, wo stelle ich das am günstigsten hin? Mach ich mal nach hier drüben. So, Super Speed Potion. Packe ich einfach mal hier hin. So, wird das dann jetzt aufgebraucht? Oder, was? Warte. No Arcane das? Ah, genau. Da muss man es jetzt reinpacken. Eine Glasbrottel, 100 Arcane Power. Das heißt, ich geh mal in meine schöne Dust-Kiste rein gucken. Das bringt at least one, lol. Wenn ich das jetzt hier reinpacke, weich das dann schon aus? An Arcane Dust? Lol, jetzt ist es weg. Ah, ne. Das war jetzt komisch. No Arcane Dust? Was? Naja, ich hole jetzt mal am Spawn Zucker und Blowstone Dust. Warte, braucht man auch Redstone dafür? Vielleicht mal gucken. Ähm, nein. Ich hole mir einfach mal gleich zwei Stacks. Und auch zwei Stacks Glowstone Dust. Gehe ich schnell auf die Insel von Piken, holen wir ein bisschen Blaze Powder. Slash ESG Go. Zack, genau. Nach dort hinten. Da müssten wir noch ein paar Stacks Blaze Worts haben. 99 Stacks Blaze Worts müssten ja noch irgendwo rumliegen. Zumindest war das vor zehn Minuten noch so. Haja, perfekt. So, ESG Go. Der Necromat. Lohn. Lohnstaub, genau. Blaze Powder Craft. Zack. Gut, Diamonds müsste ich hier unten noch haben, genau. Und da mache ich hier einfach mal, äh, jetzt brauche ich noch das Powder. Das muss ich aber gleich probieren. Also, ich brauche 32 Sugar Oats. Muss ich mir noch craften. Ups, nicht raus droppen. Craften. So. So. Dann 32 davon. Davon 32. Und jetzt. Rein damit. Hä, wo muss ich das denn? Ah, muss ich das vielleicht hier rein droppen? So vielleicht? Nicht? Hä? Hä? Warte. 32 Sugar. Warum kann ich denn da nichts reinlegen? Vielleicht brauche ich erst Arcandest. So. Arcandest. Warum kann ich hier denn nichts reinlegen? Missing some requirements. Vielleicht muss ich das jetzt freischalten. Probier's mal hier mit. Ich brauche Waterbucket. Arcandest. Da steht das auch. Probier's mal mit diesem Transformation Stone. Was? Man braucht dann eine Buried Treasure? What? Ja gut. Da muss ich mich nochmal. muss ich mich nochmal erkundigen, was man da jetzt genau machen muss, um Tränke zu brauen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt in dieser Folge die Challenge geschafft. Vielleicht mache ich jetzt auch nur einen Cut. und finde jetzt gleich raus, was man da machen muss, um diese Tränke brauen zu können. Ah, es geht, es geht, es geht. Es funktioniert. Ich weiß nicht wieso oder warum oder was ich anders gemacht habe. Aber ich kann das jetzt so nehmen. Reinlegen. Zack. Jetzt brauche ich nur Diamonds. 16 Stück. Dann Arcane Dust. Ähm. Okay. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Zack. Zack. Okay, hat genug. Und eine Glasbottle. Und jetzt haben wir einen super Speed Potion mit Thriftness 3. Ich weiß nicht, ob man davon jetzt noch was Besseres brauen kann. Ob man das vielleicht noch upgraden kann oder sowas. Wie gesagt, ich kenne mich damit jetzt noch nicht so gut aus. Ähm. Ich denke mal, dieses Transformography Stone 2 Rezept ist auch gar nicht so gut. Nicht so schlecht. Und ansonsten hier Super Strength Potion. Sowas kann man da alles machen. Ich habe jetzt erstmal Speed Potion mit Speed 3. Ich glaube aber zu wissen, dass man das auf Speed 5 upgraden kann. Irgendwie. Ich weiß nicht wie. Muss ich zur nächsten Folge mal gucken. Ich hoffe, euch hat diese kleine kurze Spezialfolge gefallen, wo wir diese Challenge machen. War jetzt auch nicht so besonders lang. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao, ciao.